Was macht den Riesenunterschied aus? Nach so viel naturwissenschaftlicher Erkenntnis, nach über 50 Jahren Weltspitzenwissenschaft sozusagen, was macht das an den Reformen? Beispiel Gesundheitsreform. Die Next Scientists for Future wollen den Arzt belohnen, wenn er Ihnen, liebe Wählerinnen, hilft durch ein total spaßmachendes Freizeit- und Wochenendkursangebot, das völlig kostenlos ist, das Sie mit Ihrem Krankenversicherungsbeitrag zu 100% abgedeckt haben und wo er Sie sozusagen Ihnen hilft, gesünder, länger und glücklicher zu leben. Und dafür wird der Arzt belohnt. Und wieso macht das einen Riesenunterschied? Und ich breche jetzt die ganze riesige Wissenschaft runter auf den einfachsten Nenner. Weil der Arzt sonst einem Rahmen ausgesetzt ist, wenn wir ihn nicht gezielt mit starken, positiven Anreizen nicht gezielt dafür belohnen, dass er Ihnen das maximal Gute tut, nämlich dass er Krankheiten verhindert, dass er verhindert, dass Sie jemals Krebs bekommen oder Herzinfarkt und andere Dinge bekommen. Dieser Riesenunterschied besteht darin, dass der Arzt sonst weiterhin in einem Rahmen arbeitet, in dem er ohne, dass es ihm selbstbewusst ist, Sie krank machen muss. Denn seine Praxis kann nur überleben und sein Krankenhaus kann nur überleben, wenn Sie möglichst häufig krank sind und er Ihnen möglichst häufig irgendwelche Dinge verkaufen kann. Und wieso ist ihm das nicht bewusst? Wieso ist er doch, wieso meint er es gut und macht sie trotzdem krank? Weil er, weil die Evolution der vorteilbringenden Irrtümer automatisch passiert. Also sozusagen, er denkt den Gedanken, irgendein Früharzt in der Evolution vor vielen Jahrtausenden, vor vielen, vielen Jahrzehntausenden, hat ein Früharzt mal gedacht, ach nee, Ernährung ist unwichtig. Die Frage gesunder Ernährung oder gesunder Bewegung oder eines erfüllten Liebeslebens, das ist, das ist alles unwichtig, das entscheidet nicht über Gesundheit und Krankheit. Bitte hier unten an dem rundlichen Ding, grundsätzlich immer schneller drehen, die Geschwindigkeit. Also, irgendein Früharzt glaubt einen Irrtum und jetzt passiert dann paradoxerweise unter Bedingungen von Tauschhandelmarkt und Arbeitsteilung. Plötzlich nicht mehr, dass dieser Irrtum ausstirbt, sondern der Irrtum erweist sich als ungeheuer profitabel. Das ist ein sogenannter vorteilbringender Irrtum. Das heißt also, die Idee, dass er ihnen quasi abrät davon, sich mit Ernährung, gesunder Bewegung, gesunder Ernährung und gesundem Liebesleben zu beschäftigen und ihnen stattdessen irgendwelche Heiltränke, Heildinger und später Medikamente, Operationen, Chemotherapien, Impfungen, Masken, Tests, Bestrahlung, was auch immer verkauft, Das hat unheimlich viel Umsatz gebracht. Das hat dazu geführt, dass seine Frühpraxis überleben konnte. Und warum soll ich was ändern, wodurch ich überlebt habe? Und so ist dann die gesamte Medizin eine Ausbildung geworden, wie man als Arzt mit seiner Praxis oder mit seinem Krankenhaus überleben kann. Und dafür muss das Studium all die vorteilbringenden Irrtümer beinhalten, die Sie krank machen, liebe Wählerinnen, aber dem Arzt gutes Geld bringen. Und er ist überzeugt, ein Retter der Menschheit zu sein und er ist überzeugt, ihnen Gutes zu tun, tut aber faktisch, das faktische Handeln, ist nicht das gleiche, wie eine gute Absicht zu haben. Man muss immer in der Wissenschaft untersuchen, faktisches Handeln. Der Arzt schadet ihrer Gesundheit. Gute Absicht, er will ihnen ihrer Gesundheit Gutes tun. Aber das faktische Handeln unterscheidet sich völlig von seiner guten Absicht. Und genau das macht der psychologische Faktor der vorteilbringenden Irrtümer. Und jetzt breitet er diese, breiten sich mit seiner Finanzmacht und der Finanzmacht der gesamten Medizin und pharmazeutischen Industrie, breitet sich sein Irrtum aus. Und diese Irrtum wird in ihrem Kopf zum parasitären Meme oder auf Deutsch zum Killer-Virus des Geistes und er killt ihr Leben. Sie selbst werden überzeugt, dass Ernährung nicht so wichtig ist, Bewegung nicht so wichtig ist, gesundes Liebesleben nicht so wichtig ist, dass eigentlich nur wichtig ist, dass sie die richtigen Medikamente, Operationen, Bestrahlungen, Chemotherapien bekommen. Denn zum Beispiel hat der Arzt ihnen auch noch den vorteilbringenden Irrtum unterrichtet, ihre Krebserkrankung, das läge an ihren Genen. Wieder ein vorteilbringender Irrtum. Denn in Wirklichkeit gibt es manchmal natürlich genetische Begünstigungen von Krebserkrankungen. Aber die meisten Krebserkrankungen, wenn sie nicht auch noch zusätzlich begünstigt wären, wären durch völlig falsche Ernährung, völligen Bewegungsmangel und völligen Liebesmangel und völliges Suchtverhalten und Alkoholsucht, Zigarettensucht, Süßigkeiten, Sucht und was auch immer für Süchte, dann würden sie trotz genetischer Begünstigungen oder leichter Anfälligkeiten für bestimmte Krebserkrankungen, hätten sie diesen Krebs nie bekommen. Aber der vorteilbringende Irrtum besteht daraus, sozusagen, dass sie davon abgehalten werden, sich um einen gesunden Lebensstil zu kümmern, sodass dann das Krankenhaus der Arzt maximal viele Chemotherapien, Operationen, Bestrahlungen verkaufen kann. Also ich fasse diesen Riesenunterschied zusammen, also die parasitären Meme oder Killerviren des Geistes manipulieren dann die gesamte Weltbevölkerung dazu, ein guter Kunde für Arztpraxen und für Krankenhäuser zu werden und für Pharmakonzerne und niemand ist sich irgendeiner Schuld bewusst. Es ist alles, alles beginnt mit den vorteilbringenden Irrtümern. Und so haben wir dann die Pharmakonzerne und die Ärzte und die Krankenhäuser und alle, haben sie die besten Absichten und glauben alle, dass sie alle das Ideale tun würden, um ihre Gesundheit zu fördern. Faktisch machen sie alles, um sie, das faktische Tun unterscheidet sich davon total. Das faktische Handeln bedeutet, dass sie faktisch alles dafür tun, ohne sich dessen bewusst zu sein, alles dafür tun, sie so krank wie möglich zu machen und so krank wie möglich zu halten, damit sie als Geldquelle erhalten bleiben. Und also machen die Reformen den Riesen, die nextscientistsforfuture.de, den Reformen den Riesenunterschied, dass sie sozusagen ihr Leben total maximal glücklich, gesund und langlebig machen, während das jetzige Gesundheitswesen ihr Leben maximal kurz macht und maximal krank, kränklich macht, maximal viel Leid erzeugt und ihr Leben maximal unglücklich macht, weil sie aus dem Unglücklichsein heraus natürlich maximal viel Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und andere Drogen konsumieren, aufgrund derer sie dann wieder umso häufiger krank werden und dann wieder eine gute Geldquelle für das Gesundheitswesen sind. Das ist der Riesenunterschied. Ich hoffe, Sie ahnen jetzt, worum es geht. Dann haben wir die Sozialsparten. Gestern wurde das Parteiprogramm der Grünen auseinandergenommen und die Grünen, das kann man sagen, die haben viele Elemente in ihrem Parteiprogramm, die die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler sind. Also was wollen die Gesundheitssparten, wie müssen die Geld verdienen? Die sind gezwungen, die Weltbevölkerung so krank wie möglich zu machen und zu halten, damit maximal viel Geld dabei rausspringt. Und die Sozialspartler müssen so viele Menschen wie möglich in sozialer Not, in Leid, in Hunger, in Armut und sonst wie haben und halten, damit sie maximale Karrierechancen haben und maximale Gehaltsmöglichkeiten sich ihnen eröffnen. Und welche vorteilbringenden Irrtümer entwickeln sich in der Evolution der Sozialspartler? All die vorteilbringenden Irrtümer, die dazu führen, dass man denkt, man würde Gutes tun, aber in Wirklichkeit hält man die Menschen fest in der Arbeitslosigkeit. Zum Beispiel haben die Grünen, wollen die auch einen Mindestlohn von 12 Euro. Dabei hat Professor Hans-Werner Sinn ja aufgezeigt, dass Mindestlöhne Massenarbeitslosigkeit erzeugen, aktiv. Und da Tariflöhne auch Mindestlöhne sind, gilt das auch für Gewerkschaften und Tariflöhne und Mindestlöhne gilt das Gleiche. Es handelt sich um vorteilbringende Irrtümer der Sozialspartner, mit denen sie maximale Massenarbeitslosigkeit erzeugen, auf das dann die Sozialspartner selber wieder Vorgesetzte von vielen neuen Sozialspartnern werden können und maximal Karriere machen können. Was machen jetzt im Gegensatz dazu die Next Scientists for Future, die E-Reformen? Die setzen jetzt starke positive Anreize dafür, dass also die Mitarbeiter, das Arbeitsamt und all die anderen Sozialspartner nur noch dann am meisten Belohnungen bekommen, wenn es null Arbeitslose gibt, null Obdachlose gibt und wenn es überhaupt keine Sozialfälle mehr gibt, weil alle in Arbeit sind, alle in Wohnung sind, alle mitmachen an der Gesellschaft und auch möglichst nah null Kriminalität und so weiter und alle wieder nützliche Mitglieder der Gesellschaft sind, wir Vollbeschäftigung haben und, und, und dann kriegen die Sozialspartner am meisten Belohnung und dann ist es so, dass dann ein Wettbewerb entsteht und am Ende brauchen wir statt, was weiß ich, tausend oder zehntausend Sozialspartnern in einer Stadt, brauchen wir vielleicht nur noch 30 oder 50 und die anderen können dann was Nützliches in der Wirtschaft tun und werden dort ja durch unser neues Arbeitsamt sofort untergebracht, auch in der Wirtschaft, weil sozusagen wir mit, was weiß ich, mit 100 Sozial- oder 50 Sozialspartnern alles im Griff haben in der Stadt und ja, und ansonsten wird es so sein, dass über die Mindestlöhne und andere Dinge, Irrtümer, vorteilbringende Irrtümer der Sozialspartner, wird die, dass die Not und das Elend und die Verwahrlosung von Menschen immer weiter steigern und wir werden am Ende, ja, 50.000 Sozialspartner in der Stadt brauchen und die bezahlen müssen, die dann sozusagen die ganzen notleidenden Menschen betreuen, aber eben nichts dafür tun, dass das Notleiden aufhört, ja. Und so sehen Sie, wie gewaltig die Unterschiede sind. Ich mache es nochmal deutlich, am Beispiel Polizei, Staatsanwälte, Richter und teilweise auch Rechtsanwälte, ja. Was haben die für vorteilbringende Irrtümer evoluiert? Also erst einmal, wann geht es Richtern, Staatsanwälten und Polizisten karrieremäßig von den Karrierechancen, auch von den Verdienstchancen eher und so weiter, wann geht es denen besser? Wann kann ich Vorgesetzter als Polizist, Vorgesetzter von neuen Polizisten werden? Wenn immer mehr Kriminalität stattfindet, immer mehr neue Stellen bewilligt werden und dann werde ich schneller Vorgesetzter und werde dann befördert und kriege mehr Geld und so weiter. Also ist eigentlich das Hauptanliegen von Richtern, Staatsanwälten und Polizisten und teilweise auch Rechtsanwälten ist das Hauptanliegen, Kriminalität und Verbrechen zu mehren, Täter sehr freundlich zu behandeln. Das sind ja gute Kunden, denn die sind die Karrieregrundlage, die Verbrecher sind die Karrieregrundlage des Systems Innere Sicherheit, Schluck Wasser. Und der Riesenunterschied ist, dass die Next Scientists for Future positive Anreize, also starke Belohnungen setzen, Wenn einem Polizistenteam es gelingt, in ihrem Bezirk nahe Null Verbrechen herzustellen, dann gibt es dafür tolle Belohnungen und genauso auch für Staatsanwälte und Richter. Und das bedeutet dann, dass wir anstatt mit, was weiß ich, 10.000 oder 5.000 Personen oder 10.000 Personen für innere Sicherheit in einer Großstadt am Ende vielleicht mit 100 oder 200 auskommen, mit den besten 200 auskommen, die dann sehr gute Belohnungen dafür kriegen, dass sie dafür sorgen, dass alle Leute auf dem Pfad der Legalität bleiben und keine Verbrechen begehen. Und das reicht dann. Was meinen Sie, was das bedeutet für ein riesiges Wirtschaftswunder? Wenn man das jetzt auf alle Bereiche der Gesellschaft überträgt, dieses Prinzip, dann stellen Sie sich mal vor, was das bedeutet, wenn Sie nicht mehr 10.000 Personen innere Sicherheit in einer Stadt bezahlen müssen, sondern nur noch 300. Und wenn Sie nicht mehr 50.000 Sozialspartler bezahlen müssen in einer Stadt, sondern nur noch ein paar Hundert. Oder was das für einen riesen finanziellen Unterschied ausmacht, wenn Sie am Ende nicht mehr sozusagen tausende Ärzte und Krankenhauspersonal bezahlen müssen, sondern nur noch wenige super gut laufende Großpraxen, wo ein faszinierendes Freizeit- und Wochenendkursangebot stattfindet, wo die Leute mit Begeisterung hingehen und alles über gesundes Leben lernen, singen, tanzen, musizieren, Ernährung und, und, und. Und also alles, was Spaß macht und was letztendlich einen gesunden Lebensstil darstellt. Und, und ja, also alles, was Richtung Gesundheit führt, dann von diesen Hausarztersatzpraxen oder Hausarztersatzpraxenteams sozusagen, Ihnen geboten wird. Alles, was Sie früher bezahlen mussten in Sportvereinen oder in Fitnessstudios oder in Tanzstudios, wird alles Ihnen kostenlos angeboten für Ihren Krankenversicherungsbeitrag. Und, ja, und damit halten Sie dieses Netz an Praxen über die Städte und Länder hinaus. Dieses Netz hilft Ihnen, dass Sie möglichst nie Krebs- und Herzinfarkt bekommen und wir mit einem Bruchteil der Kosten des ganzen Systems auskommen müssen. Wir, im Moment kostet Sie das Gesundheitswesen Deutschland in ungefähr 370 Milliarden pro Jahr. Und wir werden dann vielleicht mit dem Ganzen, werden Sie, die Kosten für Sie, liebe Wählerinnen, vielleicht sinken auf irgendwann 50 Milliarden pro Jahr oder vielleicht sogar noch weniger. Ja, weil es dann irgendwie zum Standard wird, dass man schon als Kind in den Kursen lernt, wie man von Anfang an gesund und glücklich und länger lebt. Und, ja, und dann haben wir, kommen wir mit einem Bruchteil der Kosten aus. Und das bedeutet für Sie, dass Sie jeden Monat, wenn Sie jeder arbeitende Mensch jeden Monat vielleicht 700 Euro mehr im Geldbeutel hat, nettosteuerfrei ungefähr 700 Euro. Ja, es können auch 600 sein oder 800, keine Ahnung, wie genau das dann wird, ne. Aber pro Monat nettosteuerfrei zusätzlich, ja, weil wir diese riesigen Kosten nicht mehr haben. Und jetzt könnte ich jetzt in jedem Bereich der Gesellschaft, ja, und noch einmal, all diese Dinge, Sozialspartler, Gesundheitsspartler und Spartler innere Sicherheit, alle denken Sie, Sie wären Engel und würden alles tun, um Ihnen vor Krankheit, vor Not und vor Verbrechen, Sie zu schützen in Wirklichkeit, fördern Sie Verbrechen, Sie fördern Not und Sie fördern Krankheit. Um entsprechend Geld zu verdienen. Aber das ist Ihnen nicht bewusst, weil Sie selbst Ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer Ihrer Sparte, die auch gelehrt werden, in den entsprechenden Universitätsausbildungen gelehrt werden, die vorteilbringenden Irrtümer, ja, Universitäten sind Unterrichtsstätten für vorteilbringende Irrtümer von Sparten. Teilweise, ja. Und, ja, letztendlich, und Ihnen, liebe Wählerinnen, war das bisher auch nicht bewusst, weil Sie ja die vorteilbringenden Irrtümer in Ihre Köpfe hineingebracht wurden und dort als parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes Sie durchmanipuliert haben, sodass Sie auch geglaubt hatten, dass sozusagen das Gesundheitswesen ihre Gesundheit fördern würde, das System innere Sicherheit ihren Schutz vor Verbrechen fördern würde und dass das Sozialsystem den Schutz vor Not darstellen würde. In Wirklichkeit war es eben umgedreht, ja. Diese Sparten mussten Sie krank machen, mussten versuchen, Sie in Not zu bringen, über Mindestlöhne oder Tariflöhne arbeitslos zu machen und so weiter. Und die Arbeitsämter mussten versuchen, Sie arbeitslos zu halten, weil Sie waren Kunden und niemand will seine Kunden loswerden sozusagen oder darf seine Kunden loswerden. Und ja, die innere Sicherheit musste es anstreben, dass Sie möglichst oft Opfer von Straftaten werden, weil nur so Sie Karriere machen konnten. Und das alles ist nicht bewusst, weil die vorteilbringenden Irrtümer sind den Leuten nicht als Irrtümer bewusst, sondern Sie denken, diese Irrtümer seien Wahrheiten. Und diese völlige Verkehrung der Welt, ja, und das alles, das haben wir in allen Bereichen der Gesellschaft. Das Gleiche haben wir im Finanzamt, das Gleiche haben wir im Bildungswesen, wir haben überall die gleichen Missstände. Alle denken, sie würden Ihnen, liebe Wählerinnen, Gutes tun. Dabei richten sie bei Ihnen alle maximal viele Schäden an, weil sie alle von den Schäden leben. Das Lehrertum lebt daran, dass die Kinder den Spaß am Lernen verlieren und umso mehr Lehrer braucht es dann, um in diese Kinder dann überhaupt noch irgendwas reinzutrichtern. Und je mehr Kinder sitzen bleiben, desto mehr Lehrer braucht es letzten Endes, weil die Kinder dann plötzlich nicht mehr, was weiß ich, zehn Jahre zur Schule gehen, sondern wenn sie dreimal sitzen bleiben, geht ja das Kind dann 13 Mal zur Schule und erreicht dann auch erst die zehnte Klasse, 13 Jahre zur Schule. Und überall ist alles darauf angelegt, unser aller Leben zu zerstören. Ja, und die Lebensmittelhändler, die müssen unser Leben zerstören. Ja, ihre Werbemilliarden gehen in öffentliche Medien hinein und diese Medien verbreiten wieder vorteilbringende Irrtümer, die unser Leben unglücklich machen. Dadurch kaufen wir mehr ein, werden wir esssüchtig und alkoholsüchtig und zigarettensüchtig und dann kaufen wir im Supermarkt wieder mehr ein und dadurch rechnen sich die Werbemilliarden sozusagen. Und ja, also alles ist darauf angelegt, ihr Leben so krank wie möglich, so leidvoll, so unglücklich wie möglich zu machen, weil sie dann maximal viel kaufen. Und genau das beenden nur die Reformen der Next Scientists for Future. Alles andere sind inkompetente Reformen, weil sie alle den Fehler machen, keine starken positiven Anreize zu setzen für Gutes zu tun und weil sie das Problem der vorteilbringenden Irrtümer, der parasitären Meme, der Killerviren des Geistes und deren Evolution gar nicht kennen und weil sie nicht erkennen, dass Gesellschaft grundsätzlich nur funktionieren kann oder Gesellschaft grundsätzlich nicht funktionieren kann ohne starke positive Anreize, denn seit Erfindung von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung herrscht ein neues Zeitalter in der Evolution, das Zeitalter der Gesellschaften und Gesellschaft kann grundsätzlich niemals und nicht funktionieren ohne starke positive Anreize, weil nur durch starke positive Anreize hätte man schon vor 400.000 Jahren das Aufkommen von uns sich ausbreitend der vorteilbringenden Irrtümer, der parasitären Meme, der Killerviren des Geistes verhindern können. Und da wir aber eben 400.000 Jahre den Fehler gemacht haben, keine starken positiven Anreize zu setzen, haben wir jetzt eine Welt von vorteilbringenden Irrtümern, Killerviren des Geistes, parasitären Memen und wir sind alle durch und durch durchmanipuliert und deswegen leiden wir alle vor uns hin und haben alle, ohne uns oft merken wir das gar nicht, weil wir das für normal halten, wir halten das Leiden am Leben, das wir haben, das halten wir für das Leben, das sei halt so, das ist halt so. In Wirklichkeit sind wir vielleicht die unglücklichste Art der Erde überhaupt. Also die Menschheit ist wahrscheinlich die unglücklichste Art der Erde, weil sie eben als einzige diese Stufe der Evolution erreicht hat, nämlich die Post-Tauschhandel-Markt-Arbeitsteilung-Phase erreicht hat, als einzige Art der Erde und da herrschen dann neue evolutionäre Bedingungen und da gibt es dann Glück nur noch, wenn man ganz gezielt starke positive Anreize setzt für gutes Tun, weil sonst automatisch schlechtes Tun sich ausbreitet auf der Basis von vorteilbringenden Irrtümern, die nicht bewusst sind. Ja, das war's. Also, ja, also, die NextScientistsForFuture.de-Reformen machen den Riesenunterschied zu den Reformen aller Parteien überhaupt und wir hatten ja letztens vieles auch gemacht, wo um den Parteien klarzumachen, wie man sich öffnet für eine richtige Basisdemokratie, indem man nämlich alle parteiinternen und externen Experten zur Kenntnis nimmt, in ein Volksentscheid-Wahlprogramm hineinschreibt und so dann auch an die besten Reformen kommt, nämlich die NextScientistsForFuture.de-Reformen und dann kann man eine gute Partei werden und das ist dann eine FRAG-Partei, eine freie Argumente-Kulturpartei. Also, gute Parteien sind grundsätzlich immer nur freie Argumente-Kulturparteien, also grundsätzlich nur FRAG-Parteien und wir versuchen ja gerade die Basis AT, der Basis Österreich und wir2020.de, da haben wir ja schon einige, viele Talkshows laufen, wo wir versuchen, die zu echten FRAG-Parteien zu machen, also freie Argumente-Kulturparteien zu machen und ich bin gespannt, ob sich jetzt auch Bündnis 21, die Pinken und die Partei des Fortschritts, ob die es schaffen, echte FRAG-Parteien zu werden oder ob sie an dieser entscheidenden Wende hin zu einer guten Partei einfach auch wieder scheitern und damit natürlich auch kläglich scheitern, denn was haben sie den Wählern anzubieten? Die Grünen hatten damals den Leuten anzubieten, dass sie die einzige Partei waren, die das Thema Umweltschutz überhaupt reingebracht hat, sozusagen in die politische Debatte und die AfD hatte das als einzige, die also skeptisch gegenüber einem vorschnellen Eurozentrismus und einer, dem Euro als Zahlungsmittel stand und auch gegenüber einer weltweiten, also oder einer Öffnung aller Grenzen, sozusagen für Migranten aller Art, Asylanten aller Art und so weiter, die darin irgendein Problem erkannt haben und alle anderen Neuparteien haben gar nichts. Ja, diesbezüglich gar nichts, nichts wirklich bahnbrechend Neues. Deswegen kann jetzt nur noch eine neue Großpartei kommen und das ist die mit den bahnbrechenden Reformen der nextscientistsforfuture.de, die den Riesenunterschied machen zwischen einer Gesellschaft, die ihr Leben maximal krank, maximal unglücklich und maximal kurzlebig und maximal arm macht. Denn die Reformen der nextscientistsforfuture, die machen den Riesenunterschied, die würden ihr Leben maximal gesund maximal lang, maximal glücklich und maximal reich machen. Und so ein Riesenunterschied, sowas hat eine Chance. Darauf warten viele kluge Wähler. Nur die klugen. Aber die klugen würden ausreichen, sodass dann wir regieren können, sozusagen. In der simulierten Bundestagswahl waren das 56 Prozent, aber sie können ja schon als Koalitionspartner mitregieren, mit 14 Prozent, also einem Viertel dieser 56 Prozent. Und sie können ja schon mit 28 Prozent den Kanzler stellen in einer Koalition. Ja, das war es mal wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Also, bitte schön, machen Sie den Neuparteien klar, ohne die Öffnung zum Volksentscheid-Wahlprogramm hin und damit auch ohne die Öffnung hin zu den nextscientistsforfuture.de Superreformen haben Sie keine Chance. Die alle Neuparteien keine Chance. Ich habe auch noch mal ein Video gehört von Team Todenhöfer, die haben auch keine Chance. Das ist auch ein unverdaulicher Mix aus irgendwelchen vorteilbringenden Irrtümern, von Sozialspartlern, von... Ja, es sind praktisch immer irgendwelche Sparten, die uns ja alle einer Gehirnwäsche unterzogen haben und dann die Leute, die meinen, sie könnten das Land richtig regieren, sind dann auch voll von diesen vorteilbringenden Irrtümern und machen dann ein Parteiprogramm, das nichts anderes darstellt als ein Sammelsurum solcher vorteilbringenden Irrtümern, wobei dann das Parteiprogramm allen Weh dann schaden würde wieder, aber Profite bringen würde für die entsprechenden Sparten. Und das Spiel wollen wir doch endlich beenden. Liebe Wählerinnen, wollen Sie das nicht endlich beenden, dass alle alles tun, ihr Leben so unglücklich wie möglich, so krank wie möglich und so kurz wie möglich und so arm wie möglich zu machen. Entscheiden Sie sich endlich für die NextScientistsForFuture.de-Reformen, die ihr Leben maximal gesund, maximal glücklich, maximal langlebig und maximal reich machen können. Tschüssi, bis bald. Und da.